Hallo Jana, du bist hier von der Chemmedia. Erzähl mir mal, was ist Chemmedia? Chemmedia ist ein Unternehmen, was sich spezialisiert auf ein Tool, nämlich den Knowledge Worker. Wir bieten für Unternehmen die Möglichkeit, ihr Wissen sozusagen zu speichern und aufzubereiten, dass es jedem im Unternehmen zur Verfügung steht und in Form von Lernplattformen. Okay, das ist gedacht als Webplattform, die im Intranet von einem Unternehmen läuft? Genau. Also ihr bietet eine Software an? Ja. Für wen? Für kleine Unternehmen? Wir haben hauptsächlich sehr große Unternehmen, weltweit betreuen wir und die Software gibt es schon seit circa 10 Jahren. Und heute sind wir hier bei den Linux Tagen, um unsere offene Version anzubieten. Wir nutzen sehr viel Open Source und wollen der Community auch was zurückgeben und bieten deswegen den Open Knowledge Worker seit circa Mitte letzten Jahres an, der allen die Möglichkeit bietet, dort einen globalen Wissenstransfer einzustellen. Also sozusagen Wissen, was ich habe, lege ich in die Plattform ein, in kleinen Bausteinen, sogenannten Wissensbausteinen, und kann aus diesen Bausteinen einen Kurs generieren. Es geht auch darum, dann Lehrkonzepte daraus zu exportieren aus diesem? Zum Beispiel, ja. Und ihr seid ein Chemnitzer Unternehmen? Richtig. Und repräsentiert sozusagen die lokale Wirtschaft auf dem Linux-Tag? Auf jeden Fall. Auf dem Linux-Tag? Ja, wir sponsern auch die Linux-Tage, weil wir einfach finden, dass das eine gute Plattform ist, um wirklich in Chemnitz was zu bewegen und zu zeigen, was alles existiert. Sehr schön, finde ich toll. Danke. Danke. Wir machen mal so einen Bruch hier. Das ist ja GNU-Funds und auf den Linux-Tagen gibt es auch Stände, die sind weder GNU noch Linux. Erzähl mal, wie kommt es, dass ihr hier seid? Na ja, Open Source hat ja nicht zwangsweise seinen Ursprung darin, dass es freie Software sein muss. Das ist ja eine Definition, die sich Stallman eben irgendwann ausgedacht hat, sondern an sich Open Source ist ja schon ein viel älterer Begriff. Und eben in der Richtung, Linux ist ein Betriebssystem, frei ist halt, da ist mal diese Frage, frei oder Open Source, und BSD ist halt ein BSD-lizenziertes Betriebssystem. Oder die BSDs sind BSD-lizenzierte Betriebssysteme. Was für BSDs stellt ihr hier vor? Achso, wir sind hier NetBSD, FreeBSD und PCBSD. Ich sehe, ihr habt interessante Hardware, ihr habt eine Backstation, da läuft auch gerade BSD drauf, ja, okay. Und Ask a Neon Cut. Hübsch. Es ist ein sehr aktuelles, es ist mit 6.1 Release Candidate 1, also wirklich gerade, ich glaube, vor zwei, drei Wochen ist der rausgekommen oder so. Und der Rechner ist von wann? Ich weiß die, ich weiß die, 93, ich habe was in dem Reiner. Okay. Das läuft flotter als Linux auf dem Gerät? Es läuft auf dem Gerät, das ist schon mal was. Flott kann man schlecht bewerten. Welches BSD empfiehlst du dem Umsteiger? Es kommt drauf an, weswegen er umsteigen will. Also wenn er irgendwie, ich würde sagen, jemand, der was lernen will oder der irgendwie einfach mit einem System was machen will, sollte NetBSD nehmen. Jemand und jemand, der jetzt irgendwie gleich irgendein krasses Setup machen will, irgendwie sowas wie ZFS, also riesige Storages bauen, sollte dafür vielleicht FreeBSD nehmen oder es einfach je nach Anwendungszweck sollte er irgendwie das eine oder das andere nehmen. Schön, das war der technische Beitrag für heute. Danke. Ja. Ja, ich stehe jetzt neben dem Marlenky und dem Streetmap-Stand. Ihr seid gerade dabei, Chemnitz zu kartografieren, wie es aussieht. Das sieht sehr geschäftlich aus. Ja, Chemnitz ist eigentlich schon ziemlich gut, auch fast. Ich beschäftige mich eher mit Qualitätssicherung und außer-deutschen-Karten-Materialien. Weil ich auch gerne auf dem Balkan Urlaub mache, fällt da auch einiges an. Was läuft da so an der, was ist OpenStreetMap? Das ist ja einmal diese Webseite, dieses Wiki, das sind die Kartografen. Was seht ihr als zu eurem Projekt gehörig an? Was sind Satelliten? Das OpenStreetMap an sich ist das Projekt, das die freien Geodaten sammelt. Also der Kern ist die Datenbank, in der die freien Geodaten enthalten sind. Die ganzen Karten drumherum, also die MapNik-Karte auf osm.org ist quasi die Referenzimplementation, damit Leute sehen können, dass es das gibt, wie es ungefähr aussehen könnte. Dann sieht man halt hier verschiedene Stile, verschiedene Renderings. Und jeder, der möchte, nimmt sich halt die Daten her und macht seine eigene Karte. Da gibt es Karten für, also OpenStreetMap, da sind auch Wildwasserabschnitt kartiert für Kanuten. Dann gibt es Fahrradkarten, Fahrradrouting, Wanderkarten, auch Routing für Wanderer. Es gibt Kartenmaterial für Smartphones, Tablets, das ist eine Android-App. Mittlerweile sind die Bezeichnungen auch genau genug, um Navigation draufzumachen. Ist mir aufgefallen, dass das ganz gut geht jetzt. Kannst du Android? Ja, natürlich. Kannst du mal. Wir haben, das ist doch das, was wir in der letzten Sendung vorgestellt haben, oder? Ja, welch ein Zufall. Wenn ich das noch kurz halte, kannst du dich ja doch mal navigieren lassen. Ich soll mich navigieren lassen? Ja, also ich kenne es selber nicht. Okay. Nee, das habt ihr das letzte Mal gesehen, bevor jetzt was schief geht oder so. Machen wir das mal nicht in der Kamera. Okay. Ja, soweit danke. Ihr habt mittlerweile Wasserwege ganz gut kartografiert, habe ich gehört. Und habt ihr auch Luft gekauft oder sowas? Das ist ja nicht so üblich, also ich habe das nicht gesehen, aber Fairlinien sind auch immer so ziemlich. Im Prinzip kann er alles als Landmarke rein, was man nicht... Ja, also alles, was man draußen sieht. Bäume, Briefkästen, die berühmten Kulttüten, Spender, Benke und das halt. Es gibt Leute, die Krabben von der Bank, die Farbe ein, das Material, die Rückenlehne. Schön. Also findet kein Ende. Spannend. Ja, dann würde ich sagen, danke für das Interview. Okay, danke schön. Gut, ich habe mich mal hier an dem Joomla-Stand mitpositioniert, ganz dezent so, dass ich auch auf den B-Schirm gucken kann, was ihr hier so macht. Ich sehe bei dir so richtig live Crack-Code drauf. Ja, natürlich. Aber das ist, in der Joomla-Szene bin ich da nicht unbedingt repräsentativ. Die Szene ist sehr gemischt von wirklichen Endanwendern, die sich von Code nur so fernhalten, wie es nur irgendwie geht, bis hin zu den Hardcore-Developer-Cracks. Das macht auch so ein Stück weit den Reiz aus, weil man wirklich alles da hat. Ich kenne das so ein bisschen von Upwinds. Das ist ein Framework und dann klicken die sich so Module zusammen, nicht? Genau, es ist ein Content-Management-System, was so von der Ausrichtung her wirklich auch Endanwender anspricht. Das ist vom Anspruch her irgendwo zwischen WordPress und Drupal. WordPress-Blog-System, idiotensicher. Meine Oma kann WordPress-Seiten bauen, überhaupt kein Problem. Ist aber in seinen Möglichkeiten, wo man beschränkt. Die Technik da drunter ist total grottig. Drupal ist das Level drüber. Content-Management-Framework, da muss man ab und an mal in Code einsteigen, sehr viel Fachwissen haben, Lernkurve ist ziemlich heftig. Und Joomla bewegt sich genau in diesem Raum dazwischen. Du hast ein technisch sauberes Framework, es ist noch verhältnismäßig einfach bedienbar und kannst trotzdem fast alles damit realisieren, was dir so einfällt. Okay. Was würdest du sagen, wie viel ist Unternehmen, wie viel ist Community? 99% Community, 1% Unternehmen. Schön. Also es gibt nicht das Unternehmen hinter Joomla, sondern es ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitzenden in den USA, die das Trademark halten. Und das Entwicklerteam selber, ich glaube drei von denen arbeiten bei Ebay, der Rest ist irgendwie selbstständig oder vielleicht auch mal zwei zusammen in einer Firma. Aber die Joomla Company gibt es nicht. Okay. Cool. Ich würde sagen, soweit. Dankeschön für den Beitrag. Gerne. Dankeschön für den Beitrag. Vielen Dank.